Was geht ab meine lieben Freunde, C zu dem RX-Crix am Start und heute mit einem neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar soll es in diesem Video mal um ein neues Fahrzeug gehen, welches jetzt von verschiedenen Leakern und Moddern geleakt worden ist. Ich werde euch das Fahrzeug gleich auf jeden Fall einblenden und ein paar Worte dazu sagen. So, auf jeden Fall kann es auch schon sein, dass es in den News, wenn man Fortnite startet, angezeigt wird. Ich kann es aber noch nicht zu 100% sagen, da ich mich bis jetzt noch nicht angemeldet habe. Und direkt hier dieses Video für euch machen wollte. Auf jeden Fall blende ich euch jetzt hier das Bild ein. Und zwar ist das so eine kleine Kugel und mit einem Sitz. Das heißt, man wird diese kleine Kugel nur alleine fahren können, höchstwahrscheinlich. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wo eine zweite Person in dieser Kugel drin sitzen soll. Auf jeden Fall ist vorne an der Kugel noch so ein Pömpel dran. Wir hatten ja diese Pömpelwaffe, ich weiß gerade nicht mehr wie die heißt, aber ihr wisst alle was ich meine. Und damit konnten wir uns ja zum Beispiel Berge hochpushen oder generell, wenn jemand was gebaut hat, konnten wir dann direkt dort hochgepusht werden mit diesem Pömpel. Und dieser Pömpel wurde jetzt entfernt aus dem Spiel. Ich glaube, das war vor zwei Updates ungefähr. Und jetzt mit dem neuen Fahrzeug wurde der Pömpel sozusagen wieder hinzugefügt, aber nur zusammen halt mit diesem Fahrzeug. Das heißt, wenn ihr in diesem Fahrzeug fährt, gehe ich davon aus, dass man diesen Pömpel ganz normal benutzen kann und sich zum Beispiel irgendwelche Berge hochpushen kann. Oder zu verschiedenen Gegnern, die sich jetzt, keine Ahnung, irgendeine Base oder sowas gebaut haben. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, denke ich, wird dieses Fahrzeug übertrieben viel Spaß machen. Was sagt ihr? Schreibt einfach mal unten in die Kommentare eure Meinung zu dieser Kugel. Ich finde, sie sieht einfach übertrieben geil aus und zusammen mit diesem Pömpel vorne dran kann man, wie gesagt, denke ich, relativ viel Spaß damit haben. Schreibt einfach mal eure Meinung unten in die Kommentare dazu. Ansonsten war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem kompletten Video, Leute. Und ja, abonniert diesen Kanal, falls euch diese Information hier gefallen hat. Liked das Video, kommentiert das Video und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video und ciao!